Und es geht einfach weiter, als wäre es immer noch LPN-Fitch, aber es ist inzwischen LPN-42, E-Gaming-LP, was wohl ich noch sagen. Und bla bla, langweilig, wenn man einfach alles bleibt. Ach so, Standard. Ach ja, stimmt mit Niko, das hätte ich dann fast vergessen. Du wirst noch gar nicht hier unten in dem Raum gewesen. Nee. Schon denn schon halber gekehlt? What? Fertig. Vier Schießerringel klopft, fertig. Wichtig? Drei Minuten flüchten. Ich trenne. All right, then move out! Wir gehen etwa ganz chillt hier raus. Okay, klar. Das reicht sowieso. Ich pack nur meinen Penetrator an. Da wirkt man doch seriös als Kommandant, oder? Sicher. Wieso bin ich jetzt so zur Seite gefallen? Wie gestorben? Na ja. Ja, ich schwör das. Nee. Oh. Aber Hauptsache, PS kann weiterlaufen. Da fällt mir hin, dass ich mehr in der Zwischenzeit noch das Schwert kaufen sollte. Und mir fehlen, glaub ich, noch eher die Plasma-MPs fehlen, immer noch. Entführe den einen V-Troll. Äh, ich will aber nicht so einen Hubschrauber. Na gut, der ist sowieso gerade hoch da. Aber ich glaub, wir müssen einen Hubschrauber holen, weil wir sonst nicht in alle rennen passen. Egal, schon Rottenfrau toll. Der ist so cool unabwunden belichtet. Wo sind wir dann hier rüber raus? Hä? Versteh ich nicht. Versteh'n das, wie sie mir jetzt noch hinkommen. Aber Hauptsache, denen... Achse. Nicht auch nicht. Hm. Ohohohohoho. ZWEI. Oh, jetzt haben sie die Restricted Area abgeschnitten. Mensch, man, die packen sowieso keine neuen Waffen aus. Eh, nicht. Danke, Kia. Nein. Das waren drei. Okay. Boah. Boah. Schock und. Oh. So, gut, dass wir alles geskippt haben. Fahrzeug, Jetbike, edel. Nice. Auch wenn wir schon gefahren sind und wir wissen, dass es Spectre heißt, aber okay. Na ja. Also, machen wir noch einen Quest. Okay. Hoffentlich haben wir das Jetbike direkt schon in der Garage stehen. Titanische Bemühungen. Okay. Ach, nicht schlecht. Also, ich starte, lande und speicher es in meinem Hubschop. Wieso steht der auf unserem Landeplatz? Egal. Quest an. Welchen willst du stehen? Eher Steelport oder eine fahrende Chance für Viola oder Kinsey? Viola. Also Kinsey. Weil das hat mich aus dem Flughafen. Kinsey, haben wir keine Chatter von Stag? An Airconvoy is flying into Steelport. Und call Viola and tell her to meet me at the airport. I'll need her jet. Wieso ihren Jet? Wir haben selber einen V-Troll. Tja. Vielleicht hat die einen dicke... Vielleicht hat die so einen Aufklärungsteil von Statefrasher. Die ganz dicke, ey. Kann mir nur einer ein Mensch erkennen, worauf du schießt? Freude. Nee. Offene Stadt. Aus die Gewehren. Woher weißt du sowas? Tja. Deswegen bin ich Spieler 1. Hehehe. Lalalala. Okay, wir gehen runter. Das war eigentlich ein dicker Move. Jo. Warte. Komm, ich start... Ich lande einfach in dem Punkt. Ich wollte grad sagen. Warte. Das ist... Questende. Hehehe. Das ist alles... Nee. Das ist doch der... Aus dem allerersten Quest. Jo. Amit. Das ist wahrscheinlich ein einfacher Weg, das zu tun zu tun. Nop. Kein Wunder. Waaah. Es wird einfach wirklich ein Stack aufklären, zum Zeug. Jo. Ist klar. Bestu das, Nico. Bestu das. BAM. BAM. Okay. Also mach mal alles platt. Klingt noch ein Plan. Ab ins Cockpit, nicht flieh. Öffne die Tür. Und der... Was haben wir nicht? Die Tür ist lockt von der Insel. Du bist in einem Supplierplan für den Militär. Es muss etwas, was du benutzen kannst. Du wirst mich hier nicht erwarten. Es ist ein Panzer. Wie gehalten ist der Cargo? Der Stag ist nicht auf die Leute. Was ist denn hier so? Anteiner öffnen. Leer. Ne, nicht leer. Wuuu. Sau geil. So eine Impuls-Bazooka. Ja. Hast du auch einen Teil? Oder hast du irgendetwas anderes? Ja, die hab ich gefunden. Bloody. Ach. Aber irgendwie macht die kein Damage. Oder sie macht... Mit einem Schallknall, aha. Ich laufe einfach eskalativ mit dem Teil hier so. Ich balle. Und... Dann zweifle ich mal um an meine eigenen Aufzeigen. Ne, warte. Warte, was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Tuck, es ist weg! Geh zum Plan B. Es ist weg? Was meinst du weg? Du hast schon weg. Äh... Scheiße, was hab ich dann gesagt gerade. Meine Meinung ist, es ist auch verschieden. Stimmt. Genau das war es. Ich weiß aber, ich nehme in LP 38, 39. So weit muss ich gewesen sein. Bist du schon nochmal hinten raus? Was? Ne. Ich hab noch 50 Meter. Was ist da? Oh, was? Mann, nur noch 30 Sekunden. Beeil dich. Ah, schon. Na gut. Wir fahren nur zum Panzer raus. Gar keinen Sinn. Wieso sollte man das fahren? Ah. Deswegen. Ciao. Ja, was war das? Oh Gott. Ich steig nicht aus. Ich schieße noch. Aber was sind ihr dann? Was... Was... Was fassieren die dann? Oder? Ich hab keine Ahnung. Nein. Sitzt du in meinem Panzer? An dem... Hä? Ich bin doch nicht nass im Panzer. Sitzt du in meinem Panzer? Äh, ich darf? Jo. Darfst du irgendwas machen? Ja. Hauptsache denen ihre Panzer fliehen schneller wie unsere. Ah, das ist ein anderes Modell. Ja. Ist klar. Hey! Watch the pain! Ja, die sind... Dass die ab dem Panzer nur unterstehen. Gar keinen Sinn, gell? Macht die V-Tolz platt! Die trefft die gar nicht. Oh! Wie keine da oben drauf sind. Hä? Ich glaube da ist ein Panzer. Just like Johnny did. Motor time fight! You think the same would fall faster? Okay. Die Hände hat davon eigentlich getraubt. Aber der Pusser hatte ernstlich. Da bin ich nicht in den Körsen, glaube ich. Was schießt dann da schon mal auf den Panzer? Schau mal. Wir chillen einfach ganz geniet und da runter. Man sieht die Stadt aus der Oste Stadt. Und die einen Teil der Stadt bremmt. Oder sieht das nur so aus? Ähm... Ohne uns. Wie find man das... Wie kriegt man das Lottie V-Tolz? Ich geh nur den Femm-Buch. Ich kenn immer mehr, aber ich triff's einfach nicht. Ich mach mal hier nachvollen unsere Drifter. Wir brennen, oder? Ich glaub ich steig mal aus. Darfst du das aussteigen? Ah, gut ist das. Boah! Immer noch nicht aussteigen. Langsam... Guck mal nochmal in ne menschliche Höhe. Ja. Daher geht aus dem Panzer aus. Okay. So, und jetzt? Ich geh den Panzer. Ich geh den Panzer. Ist echt hier steh. Kann man den eigentlich verfehlen? Wahrscheinlich nicht. Fuck it! Naja. Was schon? Ich häng zumindest mal an der Ladeklappe. Ich bin drin! Ich bin dran vorbei gefallen. Du bist dran vorbei gefallen? Ja. Als ich kurz auf nem anderen Panzer gelandet wurde, als ich abgerollt hatte, dann war ich nebendran. Ah, mies. Ladebildschirm. Ende. No, SAINTS in steel. Hahahaha! Dicke Fizite, ey! homelech wooho wo das da… Hi! It's raining man Oh, was ist denn das für ein grüner Schimmel? Panzer geht nicht mehr an Zombies Der Panzer geht nicht an Fuck my life Fuck my life Das Game hat irgendwie alles Selbst Zombies Ende Ciao